Die Glücksspirale präsentiert jede Woche Geld, jede Woche Gold und Traumreisen rund um die Welt. Schon wieder ein Lief von der Glücksspirale? Na das interessiert die Herren doch sicher auch, was wir von unserem Gewinn für eine schöne Reise machen. Ja, schönes Hin und Her, schon wieder nach Rom, bloß wegen diesem blöden Brunnen, den wir da vergessen haben. Mama, ist nun mal abergläubisch. Ja, ohne dass wir eine Münze in den Trevi-Brunnen geworfen haben, verlasse ich nicht die Tatien. Da, die vielen Münzen und all die Leute kehren zurück nach Rom. Los nicht, ist ja schon voll genug hier. Paul, doch nicht 500 Lire, auch wenn wir in der Glücksspirale gewonnen haben, leichtsinnig wollen wir nicht werden. Unsinn. Das ist zu viel. Kehr damit. Nein. Kehr. Nein. Jetzt reicht's mir aber. Michi. Michi. Also bevor wir hier eine Scheinung riskieren, wechsle ich euch den Quatsch. Jetzt mehr Gewinne, mehr Chancen. Dreimal die Millionen Chance wöchentlich. Goldwaren in den Prämienziehungen. Traumreisen in der Schlussziehung. Geld, Gold, ein sorgenfreies Leben. Glücksspirale. Am besten gleich mit dem 4 Wochen los.